Ich lerne Deutsch. Nummer 5053 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich werde dich immer auf Händen tragen. Das kannst du mir glauben. Warum soll ich mich nicht ausruhen? Habe ich heute nicht schon genug getan? Warum soll ich mich nicht ausruhen? Habe ich heute nicht schon genug getan? Ist das das Medikament, das mir der Arzt verschrieben hat, oder ist es nur ein Ersatz? Das ist eine Herausforderung, die mich überwältigt. Das ist eine Herausforderung, die mich überwältigt. Wie soll ich das schaffen? Jeder will etwas von mir. Ich kann nur eine Sache nach der anderen erledigen. Alles andere bereitet mir Kopfschmerzen. Jeder will etwas von mir. Ich kann nur eine Sache nach der anderen erledigen. Alles andere bereitet mir Kopfschmerzen. Bisher üben wir noch zu Hause, aber bald stehen wir auf den Bühnen der Welt. Bisher üben wir noch zu Hause, aber bald stehen wir auf den Bühnen der Welt. Über 40% der Eventmanagerinnen in der Schweiz sind Frauen. Über 40% der Eventmanagerinnen in der Schweiz sind Frauen. Über 40% der Eventmanagerinnen in der Schweiz sind Frauen. Ich finde keinen Parkplatz. Ich bin fremd in dieser Stadt. Was ist los? Warum stehst du da so krumm? Hast du Probleme? Was ist los? Warum stehst du da so krumm? Hast du Probleme? Mein Mann kommt heute früher nach Hause und wir haben dadurch mehr Zeit, etwas gemeinsam zu unternehmen. Mein Mann kommt heute früher nach Hause und wir haben dadurch mehr Zeit, etwas gemeinsam zu unternehmen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.